Ich begrüße die Rede, die Herr Moser hier gehört hat, mit allen Freunden, die Herr Moser hier im Namen von der CSV gestaltet hat, die mir delen. Ich will einfach unterstreichen, dass die Politik von der CSV auch an diesem Fall ist, dass sie d'accord ist, dass sie von 72 Stunden auf 7 Tage herabgeht, an der CSV auch an ihrer Immigrationspolitik noch ganz viel Freude zu beantworten hat, weil es geht nicht durch Freude zu stellen, denn CSV wie einer Partei hat bisher nie gesagt, dass man eine Übergrenze braucht und an der Immigration hat die europäische Immigrationspolitik nie substanziell erfroggestellt, an auch CSV hat an diesem Dossier in einer Weide weh zu gehen, bis sie auf den Realismus gekommen ist, den sie von der Partei kennt.